Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Starbound. Ja, es ist wieder soweit. Yay, neue Runde. Yo, 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 yo. Hallo Katze, wie geht's dir denn? Sie liebt mich. Wirklich? Hallo? Ja, sie liebt mich. Sie liebt mich. Was ist denn hier drin? Leer. Toll. Hab ich irgendwo was voll? Guck mal, hier kann ich das mal reinschmeißen. Hier. Das mal weg. Und keine Ahnung, was das sonst hier so alles ist. Das ist, äh, ja. Äh, das ist noch okay. Die, guck mal, essen immer die ganze Kacke hier, ey. Und schon wieder was vergammelt. Schlimm. Ah. So. Wenn ihr jetzt fragt euch, wo ist meine bessere Hälfte? Die ist aktuell nicht dabei. Wir werden mal gucken, wann sie wieder mit dazu stoßen wird. Wir gehen jetzt erstmal Solo hier auf Tour. Und gehen jetzt erstmal Home Sweet Home. Dann müssen wir erstmal alles in der Rechten schauen hier. Wie das denn so aussieht dort. So. Und eingefärbt ist es noch alles. Das ist also noch alles gut. Essensmäßig. Kann ich nicht essen so einfach. Muss ich Essensinventar nehmen. Okay. Ähm. Ähm. Sollen wir hier die Sache erstmal wieder zurechtkommen. Achso, erstmal hier so beiseite, so. Wir essen mal Fleisch, so. Lecker Fleisch. Türen sind zu, außer da, das ist nicht so schlimm. Hier dürfte eigentlich auch kein Monsterchen reinkommen. Die, 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 die. Oh Gott. So. Jetzt kann schon was gewachsen. Wo sind die Potato Seeds? Potato Seeds. Potato Seeds. Potato Seeds. Hallo. Achso. So. Wo sind meine ganz anderen Sachen hin? Da ist das. Wo ist die tolle Kieskanne? Die Imba-Kieskanne da. La 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 la. La la la. La la la. La la la. So, jetzt ist das Problem. Jetzt habe ich gar keinen Platz für sowas. Wir sind ja Kartoffeln. Ich habe gar keinen Platz dafür. Ähm. 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 Hier können wir ein bisschen was reinpacken. Ich habe mal reißt da rein. und das da rein. Nein. Und da hier. Guck mal her. Kartoffeln. Guck. Guck. Aua. Guck zu Papa. Wo ist die Kochstelle? Da hinten ist die Kochstelle. Allöchen. Zwölf Stück. Oh Gott. Das will. Ich bin dafür. Also. Es sieht ja ganz gut bei uns hier aus. Ich würde jetzt auch nicht hier lange. Abernten gehen. Glaube ich. Das lasse ich erstmal. Hm. 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 Weil es ist alles fertig gerade. Hm. Hm. Ach. Da hat mir nochmal neu angefangen mit Kartoffeln. Ah. Guck mal hier. Sogar Bananen sind fertig. Augen sind fertig. Noch mehr komische Sachen sind fertig. Na. Ich denke mal das wird auch bleiben erstmal so. Hallo Vogel. Karotten haben wir. Alter. Was ist das denn da unten für ein komisches Viech? Alter. Früher gab es was hier nicht hier. So. Ich will jetzt irgendwie. Bin aber. Wir brauchen Sand. Das habe ich noch so in der Niederung. Ich möchte nämlich gerne mal was upgraden. Und dafür brauche ich Glas. Das heißt dafür brauche ich Sand. Weil Glas braucht nämlich Sand. Hab ich. Aber nicht genug. Toll. Sand. Wir brauchen Sand. Ich glaube wir müssen erstmal. Wir müssten mal auf den Dings gehen. Ähm. Ne. Das wollte ich gar nicht. So. Wir essen hier nochmal. So. Hä? Ja toll. Äh. Das andere ist leichter. Ich komme jetzt zurück. Aufs Schiff. Beam to Ship. Ich möchte aufs Schiff. Wie komme ich jetzt aufs Schiff? Allein ist es echt doof hier. Wie komme ich jetzt aufs Schiff? Hm. Warte mal. Muss ich dafür rausgehen extra? Weil im Haus mich nicht beamen kann vielleicht. Hallo Vogel. So warte mal. Wo ist jetzt hier alleine? Ah. Jetzt geht es ab. Beam ab. Beam ab. Da Scotty. So. Jetzt aber hier. Ja schön. Deploy Mech. Beam Corpital. The Arc. Stop. Teleshopping. Teleshopping. Äh. Teleshopping. Ja. Teleshop. Ja. Ist das gleiche. Teleshopping. Ne. Gucken da. So. Und jetzt muss ich überlegen. Wo konnte man nochmal Treibstoff kaufen? Wo konnte man nochmal Treibstoff kaufen? War das hier? Hm. Bei dem nicht. Ne. Bei dem? The Down of Any Vehicles Repair. Achso. Ja gut. Okay. Dann ist ja gut. Dann ist ja klasse. Warte mal. Wenn da nicht Treibstoff war. Dann muss es da gewesen sein. Terramat. Mal gucken. Terramat. Ähm. Sie. Hm. Ne. Hallo Roboter. Hallo. Moin. Wie geht's? Infinity Express. Dann war es vielleicht hier. Ähm. Medical Kit. Das ist total egal. Soda. Milk. Egg. Chocolate. Cheese. Können. Empty Bottle. Synthetic Material. Silk. Leather. Wabw. Ah. Da ist es doch. Ähm. Dangerous. Substance. Supporting Wounds. Und Usage. Fillful. Ja. Weiß ich gar nicht. Wie haben wir das gemacht? Haben wir das jetzt mal? Hunderte? Warte mal. Hunderte. Ich glaube 100 kaufe ich mal. 100. Wie viel Geld habe ich denn? 100. Ich kaufe erstmal 100. So. So. Alles rot zum Schiff. Zurück. Hola. Hier gucken. Wo sind wir überhaupt? U-Ship. Ah. Da sind wir. Uncone. O-Threat. Was ist das denn? Ah. Was fliegen wir da hin? Okay. Das gehört Desertia, man. At Bookmark. Wüste. Gibt's kein Ü? Wüstenplanet. Accept. Und jetzt muss ich auch rechtsklick drauf machen. Ah. Guck mal. Ich bin so pro, ey. Ich bin so pro. Hallo Wüstenplanet. Beam down. Wir brauchen Sand. Sand, 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 Sand. Das ist doch Sand hier, oder? Sand. Ja, Mann. Sehr damit. Wir gehen ja auch ein bisschen den Planeten erkurten auf. Was ist das da unten überhaupt? Ist das auch Sand? Lass mich schreien da. Was ist das hier? Auch einfach nur Sand? Sandstone. Ah, Sandstein. Oh. Das ist aber nicht nett da drüben. Hallo. Nice. Nice. Drumkit. Ne, ich will den schon wieder nicht rumgetan. Uah. Uah. Geh dir mal gar nicht hier. Scheiß Falle hier. Uah. Oh, was ist das denn? Cobblestone. Die brauchen immer noch lange. Hallo. Hallo. Nein. Seid ihr böse? Nein. Das ist super. Wahrscheinlich in der Nacht erst werden sie böse. Pixels. Oh, was ist das denn da? Ich hab keinen Platz. Warum hab ich denn keinen Platz wieder? Yum, 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 yum. So. Das möchte ich gern mitnehmen. Oh Gott. Das sieht cool aus hier. Ähm. Das ist toll, dass hier schon wieder dunkel wird. Oh, was ist das denn hier? Oh. Shade, Coup, Manipulator. Okay. Oh, wir sind ganz schön dunkel hier. Hallo. Oh. Oh. Das könnte mich vielleicht interessieren. Jetzt leuchtet ich hier voll grün. Warum leuchtet das hier grün? Ist da was drin? Ist da unten was drin? Das ist auch ein Bett, oder? Oh. Ein Rezept. Ja, nice. Ist das Reed? Crafting Material. Reed. Sehr schön. So, was haben wir da jetzt drin gehabt? Das haben wir erst mal gelernt. So, da drin ist nix weiter. Da drin kann man sich schlafen legen. Shop Angst hier. Oh. Kann man die auch? Plan Fiebre. Und hier wieder kein Platz. Ach, ich schwelze um. Hier, Kaffeebohnen. Kann ich gar nicht. Doch, Bucker. Sagen, ess sie doch mal. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Oder wir haben das in dem Fall noch nicht. Guck mal, da könnte man auch mal ein bisschen draufkloppen. So ein bisschen Kohle hier. Was läuft hier da denn so komisch? Okay, es läuft hier einfach nur so. Oh, sind die jetzt böse? Tatsächlich. Na, kommt her, ihr Schweine. Na, komm. Die sehen aber komisch aus. Oh, das war mehr als gut. Aber es ist cool, dass es hier so hell leuchtet. Haben wir da. Oh, was ist das? Koppa, Koppa. Aua. Das ist ja manchmal eine Falle. Geh weg. Boah. Hat er den geschossen auf mich? Alter. Ich glaube, das geht mal ab hier. Mistviech. Mistviech. Oh. Okay. 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 Oh. Schwane, die ist mein Freund. Oh, nee. Oh. Ich wollte nur ein bisschen Sand holen und mich nur ein bisschen umschauen hier. Mehr nicht. Doofes Ding hier. Ja, du musst auch hoch springen. 登 Gonnag 15. Lucas. Und schau dir, wenn du, hat er nicht mehr so, was das ist. Ich werd nicht mehr, was ich dich ver prá pierclen.